Und wo ist es die eine Woche, die mich zuerst überrascht hat, die ist ja von draußen reingekommen. Müsste ja dann, irgendwo faktisch, da ist er schon, ich freue mich um was für die Richtung dreht sich der jetzt um, in die Richtung, das passt gut. Ja, das ist super, so, wir müssen den ganzen Krempel mitnehmen, den wir da herumliegen lassen haben zuerst, das ist da, das ist da, das ist da, was haben wir noch, da bringt nichts, Hanteln, aber die brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist eigentlich die Karte an, gar nichts, lauter Fragezeichen, also da gibt es jede Menge selber, was versteckt ist, aber das holen wir uns erst nachher, nachdem wir da mal den Typen da ausgeschaltet haben, da oben, ein bisschen jause, das tut sich da draußen, da ist gerade nichts los, wir müssen uns da mal vorsichtig draufarbeiten. Wo ist der Kommandant, den ich brauche? wo ist der Mann, den wir mal holen? Ah, gott sei dank, ich bin ganz knapp da daneben, da habe ich das Messer daneben geworfen, und ich kann das nicht mehr nehmen, doch kann ich das schon nehmen, da geht's. Mein Freund, du bist sowieso Geschichte, Sack, erledigt. So, das ging ja relativ easy. Was ist noch für Poster? Was? Hauptschulmädels oder Hauptstadtmädels? Okay. Das waren die Erotik-Zeitschriften von damals. Da haben wir noch was gefunden, so was sagt die Karte. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Da gibt es noch ein bisschen was zu finden. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, dass wir da ordentlich aufräumen. Die Frage ist, wo ist das? Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es unten, hier. Na, auch nicht. Vielleicht draußen, oder so. So. Jetzt sind die Umgebung im Auge behalten. Nicht, dass es nicht rumläuft, irgendwo. Äh, wo ist denn, wo kann denn das sein? Oben vielleicht auch noch, ha? Jetzt rauf. Schauen wir da nochmal rüber. Oh, liegt doch irgendwas, oder? Da oben ist doch was. Was ist denn das? Scharfschützengewehr, cool. Jetzt will ich so gleich mal in die Hand nehmen, wo muss denn das da? Ja, Okula TH 3030. Ah, das gefällt mir schon gut. Trotzdem haben wir da noch irgendein Fragezeichen. Ah, da könnte man dann so auch reinhüpfen können, den haben wir von hinten killen. Was ist denn die Gantz? Ah, da ist es. Ist was, schau, mit Hinweis, da ist es. Das war, nein, das war es auch nicht. Ich hab da auch noch ein Rufzeichen. Wo ist denn, wo ist mein Aufdruck da jetzt? So, über den östlichen Bereich. Ok. Soll es also noch Feinde geben? Ah. Ah. Ah, da unten ist auch noch einer. Schau. Warte mal, jetzt machen wir aber auch leise. Brauchen wir jetzt einen Rambazam auf Anstelten? Da ist irgendwo ein Fragezeichen noch, da hinten. Das ist nicht das. Da ist es auch nicht, halt das. Was vielleicht da? Oh, keine Ahnung, was das sein soll. Ah, da haben wir was, schau. Goldenes Ei. So, dann ist sicher ein Spaltversteck auch sein können. Warte, wir müssen da noch mal schauen. Zwei, genau da, unaufwürsig, oder? Das ist sicher drinnen. Drinnen, oder? Muss was drinnen sein. Gibt's sogar einen anders. Ich geh' genau davor, sagt er. Hm. Ich seh' nichts. Also da ist einmal... Nix, dann schauen wir mal rauf. Wenn da auch nix ist, dann lassen wir's einfach. Dann ist's wurscht. Dauert einmal da, oder? So, da die Karte einmal. Ich bin ja Depp. Jetzt haben wir die ganze Karte gleich einmal aufgedeckt. Müssen wir die ganzen Gegner ausschalten. So ist der jetzt der Heini, der läuft da herum. Nur einer, oder? Die Snipe ist sicher nicht schallgedämpft, oder? Ich schieß' einmal einfach, dass ich's probieren kann. Ach. Ach. Uh, das ging auch voll in die Birne. Zurück zum Wagen. Ich geh' jetzt zum Wagen zurück. Gut, so. Da. Wenn du's gestorben willst, glaub' ich könnt' du ruhig da... ...wurm gehen. Die Schütter. So. Die Flussbrücke. Guter Schuss. Wie ne Dame ihres Alters. So, fahr' ich die Plattform hoch. Das heißt, ich muss da jetzt rein. Dann müssen wir auf die andere Knarre rumschalten, weil ich glaub' nicht, dass ich nur mit der Snipe brauch' da drin. Auf die Pistolen auch. Ha, mit dir auch was war'n. Ah, da hab' ich ja hier schallgedämpft. Ich schau. Ich glaub' ich schallgedämpft. Natürlich. Gut, ich kann auf Schallgedämpft verzichten. So. Moin du. Du läufig im Ohr neid. Du normales. Ah, hau. Was hat er da jede Menge? So, was habt ihr hier noch alles da, was man brauchen kann? Kann alles zu sein, gell? Halt, na. Was? Öffne auf der anderen Seite. Gut so. Gibt's auch nix. Doch, da ist ein Hinweis. Regierung hat mit Regime kooperiert. Da vorne ist auch noch irgendwas versteckt irgendwo. Wahrscheinlich da drinnen. Ja. Äh. Rechts von mir. Oh, irgendwo. Aber es ist dann eher im oberen Stocker wahrscheinlich. Weil da ist nix, gell? So, versteckt sich nix. Dann schauen wir mal da rein. Doch, der Zettel war's da. So. Dann haben wir jetzt den nächsten Weg. Gute Frage. Da haben wir... Da haben wir... Da haben wir... Da haben wir jetzt ein gutes drauf. Die Kisten finden ja eine tolle Sache eigentlich. Weil... Das haben wir das Maximum erreicht. 130. Äh. Ich fahr jetzt mit dem Lift drauf und mal zu Fuß gehen. Ich fahr jetzt mit dem Lift drauf und mal zu Fuß gehen. Ich fahr jetzt mit dem Lift drauf und mal zu Fuß gehen fast zu emphatisch auch. Sonst kann man das Zeug so einsammeln. Zweitens kommt man nicht so schnell in unliebsamen Überraschungen. Wenn du mit dem Lift drauf fahrst, dann geht die Tür auf und dann... Zamba zamba gleich. Das Messer werfen wir jetzt ein bisschen übertrieben auf die Distanz. Aber gut, wenn er meint. Gehst du noch weiter rauf? Nein, also... Fuß einmal nicht. So, da regnet es einmal wieder. Oder immer eigentlich. Sagt jetzt die Anzeige. Jetzt bin ich ja da rüben. Ich muss aber nicht hin. Ich muss da... Das erste Stock... ... Das ist für ein ganz anderes Gebäude. Da bin ich... Nein, das sind die Etagen. Da ist es 0,1,2... Nein, ist das ein Gebäude. Keine Ahnung. Schau was jetzt passiert, wenn ich einfach runterlaufe nochmal. Ich bin ja nur übereifrig, muss ganz woanders hin. Oh nein, das sind schon die Stockwerke, schau. Ah, Minus 1, das muss runtergehen. Okay, jetzt ist es klar. Dann fahren wir doch vielleicht mit dem Lift, schau mal. Ah, okay, darf ich nicht so lange brauchen. Du fährst recht wieder rauf. Okay, gut. Vielleicht geht es jetzt weiter rauf oder so, keine Ahnung. Schau mal, lass uns einfach mal rösten, wo wir jetzt angekommen werden. Wahrscheinlich eh genau dort, wo wir hingelatscht sind, schon zuerst. Oh, dann fährst du jetzt so weiter rauf, also funktioniert jetzt vom Lift. Konstrukt hier, wir müssen jetzt noch weiter gehen, aber... Ah, jetzt schau. Jetzt sind wir genau. Jetzt sind wir schon weiter oben, oder? Oder sind wir jetzt irgendwo anders? Das ist voll. So, die Karte jetzt an... Jetzt sind wir da herrüben. Links zum Meer ist irgendwas. Also, wir gehen nicht da. Da, schau. Figurversteckt. Sachen gibt's. Jetzt sind wir da herrüben. In dem Keller, da müssen wir schon erst hin. Da müssen wir jetzt erst was machen. Was wir entsprechen. Was ist los? Nicht runterfallen, werde die Wiese nicht runterfallen. Jawohl. Kommt der war mal her. Das tut es verboten. Bitte lesen Sie Abschnitt 101G. Geht mir nicht. Lesen wir jetzt einmal nicht. Turm 2. Die Frage ist, wo gehen wir da jetzt hin? Da ist einmal Panzerung. Weiter geht's da eh nicht. Außer, dass ich hier runterhüpfe. Dann bin ich... Mause... Mause tot. Ah, uah. Ja, überlebt. Gut. So, dann hecken wir uns da mal rein. Ah, schnell. Ah. Was ist für eine ganz schöne Fieslerei da? Also langsam. Ah, schweiß langsam. Ist ja nicht. Jetzt halt. So, Turm 2 erreicht. Also auf und zurück. Mal schauen, was da draußen ist. Oder ist was gehört hier irgendwo? Soll ich jetzt drüber gehen? Na, oder? Wie geht das Gebäude? Da wollte ich auch schon schauen. Dann wieder weiter des Weges, wo ich hin muss. Und zwar mit dem Lift haben wir jetzt runterfahren. Oder rauf. Oder keine Ahnung, wo der jetzt hinfährt. Auf jeden Fall schießen die Typen da auf mich. Während dem Lift fahren, das mag ich gar nicht. Okay, das war jetzt mal so ein bisschen geistig zu schnell. Das war jetzt zu schnell. So nochmal. Ah, was ist das für Speicherstand da sogar mal? Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? Seite runter ah die Flieselrei nochmal Achtung so Phème wer wo was was wer schießt nineteen Ich trete nach und hängte irgendwo an der Ecke fest. Ist das immer wohl zu Fuß oder? Ich seh dich! Ich aber nicht. Ich zappel nicht so rum, ist vielleicht doch mal stehender. So nervöser Pinke, unglaublich. Achso, da kann ich nicht weiter. Achso, geht schon weiter. Ah, da gibt es ja jemals Zeug. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Mapper ist eh wurscht. So, jetzt bin ich ganz unten. Und dann... Dann... Ah, da geht es rein schon. Klar nicht. Oh, 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 warte mal in die Kugeln, die Kugeln, die Kugeln, so. Dann... Wollen wir rein? Na... Da war nix. Das hat sich nur gedäuscht, da war nix. Wo ist denn die schallgedämpfte Knarre? Die war... Ist da, oder? Genau. Also ich hoffe, dass die schallgedämpfte ist. Dann schieße mich schon so aus. Oh Mann. Ich bewege sie gerade, wenn ich nicht und schieße. Ich hoffe, sie ist so weit. Ich hoffe, sie ist so weit. Jot... Ich habe keinen Fall. Ja... Wie redet ihr? Wer? Wo ist er denn dahin? Wo ist denn dahin der Freund? 2 rein? Okay. Doch noch 2, 1. 2 gekillt? Da muss doch noch 3 Dammler sein. Wo ist der Säben einfach sich in den Hunden gedreht oder kann das nicht auch sein? Signal entdeckt, dann schauen wir mal Da oben ist auch noch einer Schau, dass die Sniper nicht schallgedämpft ist, das wäre super So, 3 Minuten schießen auf die Distanz Da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand, das hat dich nur gedeutscht Scheiße wird zu lange gewartet da Ah, schlecht gemacht Verdun, wenn man mit dem Waffen wechseln auch Wenn man den rechten Bumper drücken muss, das ist... Naja, mal schauen, das geh ich sicher irgendwann mal rein Ganz wieder läuft das da gerade nicht, aber gut Ist eh gut, wenn es nicht so einfach ist Sonst bräuchte es eh die höchste Schwierigkeitsstufe sein, sonst war es eh... Reichtigkeit, so Pass auf, das brauchen wir jetzt nochmal Jetzt haben wir nochmal ordentlich gearbeitet da Ist jetzt eine Woche, da die Runden dreht Okay, da... Sicher, Erfolg freigeschaltet, bin ich wieder tot Vor der Lesen bin ich gestorben Natürlich das Ganze leise machen wir gescheit Wenn ich da rübergehe, da raufgehe und dann zuerst schnell da oben ausschalte Und dann so halt rüber arbeite, dass ich das da mal in aller Ruhe schaffe Also, nochmal So, da ist es auch mein Kopf, das ist meine Kandematik da Da sind wir voll Wir gehen einfach gleich mal Uah, da steht ja einer Bisschen blind sind sie schon, gell? Das ist doch schwierig, da steht einer So, der ist jetzt mal weg, gut, dann mach ich so mein Wurfmesser, ist eh wurscht Guck mal, ist auch noch einer, der will jetzt aber nicht ausgehen, der wird zu weit weg sein Scharfschützengewehr, Munition oder was? Der Gegner, grad Das ist ja der Fritze, den er wischen muss, genau, so Und dann zurück Die da sind ja auch noch einer Da oben ist auch noch einer, heute mal, wenn wir mal mit einem Lochhauern schalten, jetzt können wir da rüber Du bist jetzt nicht nervös Du bist, da ist auch noch einer, schau's an Du bist doch, da ist auch noch einer, schau's an Was? Perché Scheiße Warte mal, das ist der Zeitpunkt für die Knarre Waff, Birne weg Ach du Scheibenkleister Das Innerzusee an Quake Rüstung Hätte ich mir auch überschleichen können, schau Okay Messer gefunden, sehr schön Die Messer finde ich auch ein tolles Feature Das ich werfen kann Ach, auch nicht im Aufzug, nein aus Du nicht stresseln, du nicht stresseln Da gibt es auch noch was Da haben wir auch Ist irgendwas verstecktes eigentlich? Ja sicher, da gibt es auch noch was, schau Mal aufpassen, hinter mir irgendwo Dürfen wir dann im Auto sein Was ich schon, die Papiere Und dann haben wir noch Draußen rechts irgendwo was Messer, jawohl Sicherlich ist ein Fach, irgendwas drinnen Da haben wir auch schon was, das ist eine Papiere, genau So, dann haben wir jetzt alles da Jetzt muss ich da links Ich muss hier rauf, okay Noch irgendwo treppen Bis jetzt ist der Aufgang So, dann Auf mit der Plattform So, dann lassen wir den Turm So, dann lassen wir den Turm So, dann lassen wir den Turm Da steh er So, da steht er So, in aller Welt schaut der in die Richtung So, in aller Welt schaut er in die Richtung eigentlich Halt Da ist noch einer Spannend, wenn du ein Gewehr draufschießt, dann brauchst du etliche Treffer. Wenn du so ein Messer im Oberschenkel schießt, ist er sofort tot. Aber gut, ist ja das so. Brauchverbot von 12 bis 13 Uhr, aha. Schon einen Grund haben, warum das so ist. Au, au, au. Oh, diese Notkampfkills, die sind schon böse. Okay, da gibt es viel Munition, wie es ausschaut, oder viel Helme. Munition bin eh voll, wie es ausschaut. Einigens hin, dann muss ich da wahrscheinlich raus. Öffnen. Selber in den westlichen Bereich, das ist dann der, wo ich davor stehe wahrscheinlich. Das wird dann der da sein. Ist die Frage, wie machen wir das? Äh, ich schieße eh alle da. Was ist denn da oben eigentlich? Da ist ein Gatling. Signal 72, 70 Meter. Hm. Ich frage, wie machen wir das? Machen wir das in Ruhe? Machen wir das mit der Snipe? Wie machen wir das am besten? Pff, weg. Ja, steckt der Alarm natürlich erstklass, aber ich schieße. Ich würde es trotzdem da so halb, halb, halb leise machen. Mit dem Alarm steckt das ja schön und gut für ihm, aber so wie in guter Position bin das mir eigentlich wurscht. Boah, wo kommst du her? Weg. Das extremer Rampazamper ist da eigentlich gar nicht, gell, weil dieses da Alarm ist. Oh. Schon verschrien, oder? Das ist, das Zeug ist ja das Problem, gell. Dass ich in Fluffis komme, natürlich. Äh, und von... Und der, der geht beim meisten an. Das ist für Schass. So. Nein, es wäre doch gescheiter gewesen, gell. Oh, gut. Einen nach dem anderen ausschalten würde es schon gehen. Die Frage ist, ob da Gegner unendlich nachkommen, bis ich den Typen ausgeschalten habe, oder nicht? Ja, du hast mich gegründet. Ja, du hast mich gegründet. Okay, es sind doch einige da. So, wir sind wirklich da. Oh, gut, ja. Gut, aber jetzt bin ich fertig. So, der geht nicht gern, bis jetzt da drüben. Gut, aber wie das weitergeht, das schauen wir uns nächste Mal an. Für heute soll es genug sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier bei Wolfenstein. The New Order auf Xtreme. Danke, tschüss, tschau. Euer Bitwalker. Ich sage, tschüss, 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 tschüss.